Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu Runde Nummer 2 mit unseren Quarkimiros. Was nennen wir denn? Die Schere. Die Schere. Yes, Papier geschnitten. Wunderprächtig. Mal sehen, was wir spielen. Wenn wir noch richtige Bagrow hätten. Oh, ist der Start awesome. Und den Doom vielleicht dafür nicht. Ja, den Doom vielleicht nicht, aber gut. Wir haben Tänze, wir können so viel machen. Ich frage, was wollen wir so viel machen? Ja, ich werde auf jeden Fall mindestens ein bisschen Plus machen wollen. Wir müssen auch jetzt mal gucken, ob... Na, keine Handtraps. Okay. Wir können jetzt Flank Seed. No! In Voker würde ich gerne machen wollen. Ich gehe in Vokers Effekt. Boah, in Ernite ist nicht so schlecht. Und sein Effekt. Wir wählen das Ding. Da holen wir uns Crusader. Special Summonen Tiger King. Ich glaube, mehr müssen wir nicht machen als Tanki. Was hinzufügen und reicht das mal, oder? Ich weiß nicht, wollen wir auf Crusader die Magierin rüberlegen? Da können wir nicht. Wir haben keine Mächtnis 2. Stimmt. Wir müssen ihn liegen lassen. Was nicht so schlimm ist, wenn wir nächsten Zug ist ein Effekt noch mal bekommen. Nämlich gern mit. Wunderprächtig. Aber ich würde sagen, wir nehmen wer. Ernite können wir so oder so suchen. Ja, stimmt. Ja. Also, wir können noch mal einen Target King nächsten Zug machen, der wieder Tanki wohnt. Dann wieder Ernite. Also, Options sind da. Wir wissen nicht mal, gegen was wir spielen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr richtige Backroll gezogen gehabt. Vielleicht hat wir noch mal den Eisenkern, dass wir uns nachher bessere Draws bekommen. Ich muss den Ernite. Und ja, den MSD setzen und ja, dann war es ja schon fast, ne? Krieg ich jetzt aktivieren? Nah. Das hätten wir jetzt aber auch nicht. Wenn ich, wenn ich die Tonretter kommen, will ich, guck mal. Was erreicht er dann davon? Wir sind ja mit 5 Karten dabei. Mal gucken, was er spielt. Wir spielen doch mal Dorshi, sondern Oti geht uns jetzt. Wir stellen doch alles weg. Neokryx. Oh, Giygiyas. Okay, das heißt, es kommt ja wahrscheinlich doch Exitonritter. Tatsächlich Exitonritter First Turn, nehme ich an. Weil so viel, wenn er so viel sieht, will er unbedingt Pluses machen. Ich nehme es an. Komm, Exitonritter, du willst es doch auch, ne? Mit deinen 4 Backroll. Da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Mit unseren Ernite. Komm schon, Exitonritter. Oh, nein. Getriebe-Riese, ich will einfach so Plus machen. Na, gucken wir mal. Hätten vielleicht doch noch ein bisschen mehr overextenden sollen. Oh, antike Antriebskiste. Was kann er sich denn hinzufügen? Den Dings gibt es da noch nicht, den neuen Getriebe-Riesen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Getriebe, das MK3 ist es? Mein MK3, ne? Ne, ne, die, die, das andere. Was? Ach, hast du kein Arsenal hinzufügen? What? Der hat die Artikel oder weniger? Und, oder, Death. Ach so. Haha. Ich habe den Exit beschwören. Nein, nicht in Voka. Pech gehabt, halt. Okay, das ist aber interessant. Also, das heißt, man kann sie jetzt schon spielen, um Arsenal zu holen. Das ist schlecht. Ja, set 1000 Backroll. Ich erwarte da viel Chains, daher lasse ich mal den Space ruhen. Ja, wir haben ja den Diamantkern im Friedhof, also können wir... Da kommen wir schon sehr, sehr, sehr für unsere Unite-Plays gehen und wir können wahrscheinlich erstmal ein Bär vorschicken. Vorrennen lassen. Da brauche ich noch nicht den Diamantenkern zu aktivieren. Weil die Getriebe-Riese X kann sich noch nichts Vernünftiges holen. Da ist noch nichts. Ja. Ah, Wohnenlose. Wunderbar. Gerne. Gleich durchgefressen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir für Tenzu. Mal gucken, ob er darauf noch einen MST hat. Nein, hat er nicht. Dann aktivieren wir unseren Diamantenkern. Blob. Und viel Spaß mit den restlichen Wohnenlosen, die du da nicht haben kannst. So. Gehen wir natürlich für ihn. Und ja. Oh. That came unexpected. Warte mal. Getriebe-Ger-Monster. Also er kann die Box nicht rausspecialen. Wir können ihn umrennen und die Backroll loswerden. Aber er hat noch einen Arsenal. Mit dem er sich noch was holen kann. Wenn er das Auto hat, kann er noch einiges machen. Wollen wir die Backroll mitkillen oder liegen lassen? Ich hoffe, dass es einfach keine MST ist, dass dann unser Tiger King stirbt. Auf jeden Fall will ich ihn gleich annullieren mit Tiger King. Nicht? Weil, wozu sollen wir ihn noch weiter surgen lassen? Ja. Aber jetzt hat er uns gut in den Quakimiro Korra rausgelockt hier mit der Phoenix Wing-Wing-Leist. Eine interessante Tech habe ich sonst nicht gesehen in dem Deck. Ich würde sagen, wir greifen an und gucken mal, ob wir tatsächlich die Trapids kassieren. Auf jeden Fall haben wir ihn annulliert. Also da kommt jetzt nichts mehr. Na gut. Haben wir gleich ein Top-Deck, oder? Ja. Können wir super gebrauchen. Urnite. Oh, vielleicht, wenn das GGA-Gear ist. Oh, Life-Points. Ja, damit. Sehr schön. Oh, noch mehr. Danke. Wie in deinen Dark-Wares. Du ziehst die Top-Deckstie und aktivierst drei Mal hintereinander das Teil. Ja, immer. Okay. Oh, da ist das ja ganz recht tatsächlich noch das Auto. Na, kommt jetzt Exiton-Retter? Wer nicht so produktiv. Dann hat er auch nicht mehr so viel. Oh, Ragnar Zero, das ist eine gute Option. Ja, hätten wir noch eine Formation mehr. Warum denn? Ja, der wird den E-POP jetzt. Ja, dann würden wir aber zwei Monster bekommen. Ja, ja. Ich würde natürlich sagen, wenn was ist, gleich. Ja, gut, wir können den Karten ziehen lassen. Wir können auch Kokimiro Duma vorschicken, aber der macht nix. Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist schwach. Wir können Crusader und Dings hinterher normeln. Ja, ich will die Backroader hinten eigentlich loswerden. Oh, Komposten. Ganz gut, ganz guter Treff. Oh, was ist das für Top-Deck? Oh, das habe ich ja nicht kommen sehen. Nicht. Nicht. Ja, wir müssen ihm das Plus geben, leider. Da können wir nichts machen. Ja, aber warum sollte er das Ding bouncen? Stimmen, warum soll der Crusader kicken? Ähm, äh, zerstören meine ich. Was können wir denn eigentlich machen jetzt? Crusader kann uns nichts machen und auch nicht. Our Knight würde ja zerstören. Muss er. Crusader hat nur 2-1. Das reicht nicht. Können wir den Doom setzen und warten. Der Doom ist gar nicht toll und gegen Giergier warten ist... Er hat nur eine Handkarte. Und hat keinen Getrieberiesen. Eine Handkarte kann... Wir gucken mal. Der Doom ist natürlich ein kacke Troll in der Hand. Wir hätten den Bär jetzt auch mitgegangen. Und der Crusader war nicht schön. Ja, also wenn wir jetzt einen Bär hätten, dann... Wir haben ja noch einen weiteren... Ähm, das wäre schön, weil den müsste er definitiv sofort poppen. Okay, MK2. Für was? Ach, für G-G-Arsen und dann holt er sich wahrscheinlich... Armor. Darkhold wäre auch ein netter Top-Deck. Oder ein zweiter, Urnite einfach. Ja. Oh. Okay. Sehr schön, weniger Damage. Ja, der Ragnar Zero ist sehr gut. Muss ich sagen. Wenn wir einen Heavy hätten, würde ich das weghevingen wollen, damit der Urnite wieder funktioniert. Ohne dass wir den Ragnar Zero kassieren müssen. Ich denke mal, Arsenal kommt jetzt. Spare. Armor. Abwehr. Jep. Mal gucken mal. Und schon läuft er in sein Deck. Seien es kommt Darkhold und es wird richtig salty. Oh, noch eine Backrow. Wunderbar. Buck! Wow. Ähm. Eins, zwei, drei, vier... Oh, wir gehen sogar auch nicht mehr. Ich würde Exiton-Ritter hier empfehlen an dieser Stelle. Einfach um ihn topdecken lassen zu müssen. Wir müssen jetzt aber drauf hoffen, dass er keine seriöse Backrow ist. Wehe, du hast eine Lanze. Naja, er bräuchte zwei. Ich hab eine Lanze! Are you serious? Aber dann können wir ihn dazu... Jetzt müssen wir ihn zwingen dazu, genau. Weil der Crusader kann ihn umrennen und kann uns wieder ein Urnite hinzufügen. Ja, ähm. Wollen wir dann erst in Mayface 2 den? R-Nite? Äh, ich möchte in die Battle Phase auf jeden Fall treten wollen. Ähm. Warte mal. Äh, überlegt er selbst grad. Äh? Warning! Ja, was soll man denn dagegen machen? Was anderes geht einfach nicht. Weil wenn ich ihn normal will, dann poppt er ihn. Und dann flippt er Armour trotzdem und kickt sein Surge und Summon, 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 Summon. Ähm, also... Ja! Nette Text spielt man normalerweise aber nicht in dem Deck, ähm, da man nichts schützen möchte mit Lanze, sondern eher mit Traps den Gegner aufhalten möchte. Das ist eher die Prämisse von hier geht. Deswegen kam das schon sehr überraschend. Oh, Doppel-Xis gleich auch noch. Äh, ich nehm... Äh, eigentlich müsst ihr wissen, dass es der Urnite ist, weil wir haben Quarkimiro schon auf vorgezeigten Campen. Sollte er. Doppel-Xis oder... Ja. Getriebe. Und einer... What? Oder ne Friedhof. Ach, warum nicht? Oha, wie läuft der jetzt schon eigentlich, der Antike Antriebskiste? Ist ja gar nicht mal so schlecht. Hallo, Card. Hallo, Card. Ja! Dann ist das Game. Ein paar unerwartete Texte hab ich nicht gedacht, dass die Jäger spielen würden normalerweise. Also, hat er gut gemacht. Wir haben leider überhaupt keine Defense gezogen. Ja, da war... Das eine Bug hätte es natürlich reißen können, aber das Warning mit dabei war natürlich kacke. Ja, das war Duell Nummer 2. Wir haben ja immer irgendwie eine Niederlage mit dabei. Aber das... So... Ja, hat man irgendwie Deckfortschritte. So merkt man, was ist schlecht, was ist gut in dem Deck. Wir haben eindeutig irgendwie zu viele Monster gezogen schon wieder. Obwohl wir gar nicht so viele spielen. Das wundert mich immer. Wundert mich auch. Beim letzten Mal war das dann die falschen Monster. Aber gut, das ist Inkonsistency, die halt auch das Deck mit sich bringt. Ja. Wir sehen uns dann morgen beim letzten Duell in... Ja, in dieser Variante des Decks. Und dann... Ja, bis morgen. Tschüssi.